Jo Leute, heute zeige ich euch ein Spiel, das ihr selber machen könnt. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Pausenplatz der naheliegenden Schule und hier hat es so ein Vierer... Es ist in der Schule. Ein Vierer Himmel und Hölle. Und man muss nicht nur Himmel und Hölle spielen, man kann auch etwas anderes. Slaver, steh mal in die Mitte. Aber du zeigst nicht mein Gesicht. Nein. Hier drin steht jemand. Der dreht sich und ich stehe jetzt hier auf diese Platte drauf. Das ist die erste, seht ihr. Slaver dreht sich jetzt. Dreh dich Slaver. Er hat die Augen zu. Dreht sich. Zeigt auf jemanden. Wenn möglich auf mich. Dann muss ich von dieser Platte einfach hinten. Und der, der zuerst ganz hinten ist, hat dann verloren und muss als nächstes in die Mitte. Das ist auch eine coole Idee zum dieses Spiel spielen. Ja. Demnach würde ich sagen, das nächste Video wird jetzt dann gemacht. Dieses Video ist im Kanal.